Läuft doch nicht gut bei euch. Wieso? Du musst doch nicht übereinstimmend sein. Wer von euch beiden ist der schnellere Spinner? Wer schludert mehr beim Training? Wer kommt häufiger zu spät zum Training? Ich bin Vorzeigeprofen. Ist der nachher überlegen? Ich hoffe nicht. Wer verbringt mehr Zeit am Handy? Auf der Tribüne seht ihr während des Spiels einen bekannten Schauspieler. Wer von euch würde mehr nach einem Auto nachfahren? Wer von euch beschäftigt sich mehr mit den taktischen Themen im Fußball? Wer von euch beiden benötigt mehr Zeit in der Umkleide? Aufgrund eurer jahrelangen Fußballerfahrung wisst ihr ganz genau, wann man sich fallen lassen sollte und wann es so offensichtlich ist. Wer von euch wäre dann der beste Schauspieler? Müslung? Müslung? Untertitelung des ZDF, 2020